Entschuldigung. Ich hab hier so Angst in diesen Regalen. Scheiße. Kein Aim Assist. Egal, brauchen wir nicht. Ah! Fraud! Ey, das war so ein Fraud. Oh mein Gott, war das ein Fraud. Ich bin in ihn reingeslidet einfach, sonst hätte ich ihn getötet. Chillig. Hä? Hä? Was war das denn? Also, er hat ja weder das Wurfmesser getroffen, noch hat er geschossen. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer ist. Ich höre, der neue Kulak ist so ass. Ich hasse den neuen Kulak. Und ich land hier auf dem Bounty. Ich brauche halt eigentlich wieder einen Truck, um hier rumzulaufen. Ich hol mir den Truck dahin. Wenn der Typ sich da nicht schon irgendwo reingeklitscht hat. Vielen Dank für den Truck. Aha. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ah! 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 Erfüllte Ausrüstungslieferung. Erbitte Aufklärung. Das Gast kommt. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Hallo. Was ein Clown, der Typ. Ich habe gerade, by the way, eine Drohne gepoppt in Downtown. Hab nicht einen Gegner gesehen. Chillig. Das Haus hier soll irgendwie ersetzt werden. Habe ich heute auf Twitter gesehen, ne, Chat? Da kommt irgendwie jetzt so ein, äh, das Haus stirbt langsam hin ins Hochhaus. Schaffe ich es bis dahin zu fliegen, Chat? Ja, oder? Wenn ich seitlich fliege. Okay, guck mal, wo er den Peilschirm aufmacht. Alles gesehen. Oh! Das Kopfgeld, die es wurde ausgetastet. Gut gemacht. Der erste Überkick gewesen ist Scheiße. Er ist doch genau da, wo ich hin am, oder? Ich bin gerade besoffen. Was soll ich sagen, Digga? Was ist das hier mit meinem Controller? Manchmal kann ich nicht richtig, äh, sliden. Bounty. Aber wo ist das denn? Er ist ja wirklich at the edge of the map. Geile Zone, nice Positioning. Von mir auch. Alter. Warum gönnt er den Kill nicht? Warum gönnt er den Kill nicht? Warum gönnt er den Kill nicht? Und jetzt hier ist es so ekelhaft im Solo. Ich werde jetzt hier so wegkämpft. Bangasi. Coming for you, dude. Wäre der gleich eh wirklich von irgendeinem weggekämpft, aber... Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das wurde ausgestaltet, gut gemacht. Das war ja ein Dingsgegner. Wir haben Ausklärung online. N.A. N.A. Spieler. Falscher Server, I guess. Ich muss hier die Treppe. Ja, warum ist die Zone so schnell? Hä? Wie waren das gerade diese Termin-Pupel? Das ist genau, wo der Typ hier hingeschossen hat. Eigentlich müsste der Typ noch weiter weg sein. Der ist da, das weiß ich. Hat der irgendeinen Dino oder so? Hey man. Hä? Er ist doch nicht Team? Die erst genau neben ihm, Digga. Ich wollte gerade sagen, Bro. How about you kill this guy? Ich hab einfach zwei Kills die Runde nicht bekommen oder so. Einfach zwei Leute sterben lieber am Gas. Chillig. Ja. GG. 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 Mit einem Mikrofon geht aber nicht. 2 oder 3 Cheaters in diesem Spiel. Ja. Cheater. Das war's. 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 Vielen Dank.